Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp des Tages. Der bezieht sich heute auf einen US-Wert und zwar den Sportartikelhersteller Nike. Sie haben es vielleicht mitbekommen, Nike hat einen Ausrüstervertrag mit Liverpool geschlossen, mit dem Klopp-Team und es heißt, hier werden 100 Millionen Euro rund pro Jahr bezahlt. Das ist noch nicht die Spitze des Eisbergs, es gibt Ausrüsterverträge zum Beispiel mit Barca, da sind es angeblich 117 Millionen Euro. Also hier die Nummer zwei Liverpool im Haus von Nike. Die Aktie, gestern trotzdem relativ stabil gehalten, trotz der Gewinnmitnahmen, die den Markt betroffen haben. Wir sind weiterhin in einer intakten Aufwärtsbewegung. Wir haben uns zwar schon einigermaßen weit von der 200-Tage-Linie entfernt, aber ich rechne hier durchaus in den nächsten Wochen und Monaten mit einer positiven Tendenz. In dem Bereich vielleicht 115 bis 120 Dollar. Das sollte auf Sicht von zwei, drei Quartalen durchaus möglich sein und entsprechend lautet die Empfehlung eben Faktor Long. Unseres Partners Morgan Stanley gibt es hier ein Produkt MC2-VA6. Kostet rund 15 Euro Chance zwischen, ich sage mal, 40 und 50 Prozent auf Sicht eben von zwei, drei Quartalen. Stopp-Kurs, den würde ich im Bereich oder bei 12 Euro platzieren. Das war es von meiner Seite. Viel Erfolg mit diesem Produkt und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017